Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bad Wars mit mir Tim Torben und der Tobi ist auch dabei. Wir spielen auf der gleichen Map wie letztem. Ne stimmt hier war das geile Team aber wir sind diesmal in Team Grün. Das heißt es kann nichts werden. Und wir sind hier. Ah was wollen wir nicht? Wir racken alle. Also in diesem Team gründet wir nur vier Spieler. Und Leute ich muss euch mal kurz zeigen. Da kauft das und es ist das. Das ist sehr gut. Das schmeckt super. Du solltest eine Sache. Du solltest die Facecam ausmachen. Da sieht man eh nichts wegen deiner Nase. Ich habe doch eh nur ein Produkt. Ich habe doch eh nur ein Produkt. Schreibt mal nö. Das stimmt ja gar nicht. Duplo ist echt ein tolles Produkt. Ne Tobi? Oh ja definitiv. Also kauft euch Duplo. Oh da kommt ein gelber. Das ist aber kein tolles Produkt. Da kommt noch ein roter. Oh oh. Loll. Okay den roten ist fickig. Zack. Gar kein Problem. Ach so ich dachte unser Bett wurde zerstört. Nein. Loll. Ich dachte ja gerade das ist auch eher gut. Na da war es dann wieder. Hmm. Duklu ist echt lecker. Duklu ist die liebste Süßigkeit von mir. Duklu ist die längste Praline der Welt. Torben hat keinen Schwanz. Das hast du nicht gesagt. Irgendwer baut ab. Das ist ja frustrierend dass du da einfach so rausgehen konntest. Okay mein Duplo ist schon weg. Schade. Es war so lecker. Kauft es euch alle damit ihr dieses Geschmackserlebnis erlebt. Oh ich werde gerade gefickt. Seht ihr. Wenn ihr ein Duplo isst dann werdet ihr von Tom äh dann halt stopp. Das macht absolut keinen Sinn. Weißt du sobald du in Team grün bist hast du einfach das Bullshit Team erwischt. Möchtest du einmal in die Meda grün? Ohne ohne alles ja kann ich machen. Guck hast du meine Hand Combo gesehen? Dann schnell nimm Gold. Ne das ist aber so ein Gold. Okay. Nimm dir das Gold. Ich hab nur eins. Zwei. Oh gelber. Gelber from the side. Ich renne zu gelb. Weg. Ja okay. Safe den Bogen. Ja ich hab zwei Gold. Da ist nichts mit Bogen. Hä? Die gelben kommt von rot zu zweit. Renn schnell zu gelb. Und fick sie. Bitte schnell Tobi. Oh fuck ich hasse Bosspam. Ja manchmal muss man auch zu unerwünschten Mitteln greifen. Aber beeil dich. Gleich kommen die Bösen von hinten. Dexter MC ist gestorben. Ey Dexter das ist doch diese ähm ohne Witz denn ich kenn das irgendwo her von irgendeiner Fernsehsendung die früher als Kind. Star Wars. Nein. 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 Nein 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 nein. Von. Doch der heißt Dexter. Nein. Nein heißt der nicht. Natürlich. Nein. Ich schwöre. Das ist nicht der. Das heißt Dexter MC. Das ist so ne ähm hier aus irgendeiner Fernsehsendung irgendwie wie heißt dieser Delfin nochmal. Delfin? Flipper. Flipper genau aus. Flipper ist das. Ja daher kommt das. Und das ist diese äh Krake da. Team Gelb ist vielleicht zerstört wenn der grüne mag. Ich wusste dass der daher kommt. Das ist die Krake. Und äh. Ja. Ja jetzt erinnere ich. Ja. Alles klar. Leute schreibt mal ob ihr früher Flipper geguckt habt ey. Ich fand die Sendung mega geil früher als kleines Kind. Ja Tobi guckt die heute noch. Ich weiß gar nicht mehr ob die heute noch kommt. sonst höre ich mir die bestimmt nochmal. Hier ist ein Gelber. Hier ist ein Gelber. Tobi Alarm. Größte Alarmstufe. Tobi kommt zu unserem Bett. Tobi beeil dich ich hab kein Schwert. Tobi. Tobi ich kann ihn nicht killen. Wie soll ich ihn killen. Ich hab nichts. Ja äh schlag ihn. Junge er ist voll equipped. Ich hab nichts. Ja ich bin in der Mitte jetzt. Tobi jetzt komm zurück komm zurück schnell. Wo ist denn grün? Beeil dich. Das ist grün. Ich bin bei grün. Los 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 los. Der ist auf unser. Der ist am Goldspawner. Ich konnte ihn erstmal. Ich konnte ihn erstmal vom Bett fern halten. Ja hol dir doch jetzt ein Schwert. Ja mach ich. Ich wollt ihn. Ich wollt ihn. Na. Da liegt. Okay. Holt ihn. Holt ihn. Ich weiß nicht wo der ist. Durchsucht die ganze Insel. Wir holen uns zehn. Ja ja ja. Ich passe auch das Bett so lange auf. Er ist tatsächlich noch oben. Ja, alles klar. Gut, gut, gut. Kriegst du ihn? Nein. Oh, fuck. Ganz, ganz knapp. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich habe ein bisschen Respekt vor dem, ehrlich gesagt. Wo ist der? Der schweete Boah. Der ist noch immer oben. Ja, ich habe Angst, dass er von oben auf unser Bett drauf springt, wenn wir alle gleichzeitig den holen gehen. Deswegen bleibe ich beim Bett. Alter, der fickt die. Tobi, der fickt die alle. Okay, ich gehe hoch. Ne, ich gehe auch hoch. Ne, ne, ne. Du hast einen Bogen. Der kann aber nicht mehr viel haben. Kann der auch nicht, aber... Oben ist Tobi. Ja, ich bin oben. Der ist nicht mehr oben. Doch, der hat sich doch da eingebaut, du Idiot. Ich habe ihn. Oh, leu. Ja, der heißt lustigerweise auch Tobi. Oh, blau. Blau ist am Bett. Ja, echt. Tobi. Okay, blau ist am Bett, Tobi. Schreib mal lieber nicht so ein Scheiß. Ich bin tot. Okay, nice. Alter, ohne Witz. Team Grün. Ich baue unser Bett noch ein bisschen besser ein. Ähm, pass auf erstmal, dass keiner kommt, damit wir so früh wie möglich eine Warnung haben. Ne, es muss, es muss zu recken. Wie kauft man sich so eine Falle mit was? Ähm, mit Eisen. So ein String meinst du, ne? Also ja, dann ist egal. Was ist jetzt mit Bronze? Ja, Bronze haben wir. Ja, Bronze ist bunt hier wie so ein... Wer ist denn bitte Flex YouTube? Flex YouTube. Weiß ich nicht. Der wird ja auch online gekommen. Ja, das heißt, wir haben ihn beide als Freund. Das heißt, irgendeiner hat er uns mal als... Keine Ahnung. Weißt du was? Ich habe eine richtig gute Idee. Ich gucke das gleich einfach nach. Weil wenn der Flex YouTuber ist, dann hat er ja einen YouTube-Channel. Oh, fuck, Blau hat einen Bogen. Oh, Gott. Jetzt kann ich nur noch meine Lehrkampf-Skills spielen lassen, tatsächlich. Oh, er schießt schon. Er schießt auch. Oh, fuck. Tobi, bitte hör jetzt gerade damit auf. Nö, ich glaube, den gibt nicht. Tobi, ich... Ach, Mann, danke. Echt. Was ist denn? Ah, die sind ja auch Glückwürdig. Oh, das ist ja... Das ist ja... Pass auf, die haben auch Bögen. Die sind eben... Oh, nein, war das knapp. Das war knapp. Was hast du getan? So close to the window. Hatte ja zwei Gold für... Guck mal, ob die kommen, bitte. Ihr kommuniziert mir zu sehr. Na, jetzt bekämpfen die uns. Okay, wir sind das einzige Team, was übrig ist. Macht Sinn, Torben. Ey, Alter, das ist schon mal ein Erfolg mit Grün. Das stimmt. Boah, das gibt es nicht. Team Grün ist einfach so scheiße. Was machen die denn? Die machen nichts. Doch, eine hat dir, glaube ich, bei Team Gelb geholfen, ne? Aber mehr... Mehr ist, glaube ich, nicht passiert, tatsächlich. Ja, ja. Ja, doch, die sind dauerhaft gestorben. Oh. Und das ist auch eine Erwähnung wert. Boah, Alter, der geht mir richtig auf den Sack. Nein, Alter, der eine trifft mich nicht. Die können gar keinen Bogen schießen. Warte, lenk ihn ab, lenk ihn ab, lenk ihn ab, lenk ihn ab. Ich komme von hinten. Ja, gut so, Tobi, weiter. Weiter. Ich bin da. Ich bin in der Mitte. Okay, geh drauf. Alter, den haben wir richtig genutzt, ey. Ja, der hat er kassiert. Der muss down gehen. Komm schon. Er hat mich einmal getroffen. Alter, wie viel hält der aus? Okay. Nice. Ja, ich habe ihn ja die ganze Zeit geteilt. Richtig gut abgelenkt. Ich brauche Gold. Da kommt der nächste, da kommt der nächste. Renn zurück, renn zurück. Ich habe zwei Gold. Ich habe, glaube ich, auch zwei. Er ist hinter uns. Hast du einen Bogen? Ähm. Ich bin tot. Oh, fuck, er hat einen Bogen. Mann, ich wollte gerade mich umdrehen und den töten. Okay, hier. Vier Gold habe ich sogar. Nice. Oh, Mann. Shit, immerhin haben wir kurz die Mitte gehabt und dann leider wieder aus der Hand gegeben. Aber, oh, einer von uns hat auch einen Bogen. Oh, scheiße. Zweieinhalb Herzen war. Ja. Regge. Okay, irgendwie ist die Mitte, glaube ich, gerade wieder. Nee, da steht einer. Ja, okay, der bekämpft. Aber sie ist wieder in, äh, in, also wir können es schaffen. Hm. Hast du, wie viel Eisen hast du? Drei. Hier. Ich bin auch nicht so, warum wir geküpt, aber es ist... Nicht? Doch, zu zweit. Oh, diese Dummheit. Bist du runtergefallen? Nee, alles gut. Trotzdem war es eine kurze Dummheit. Einfach auf der Mitte stehen zu bleiben, sich umzuentscheiden und dann zurückzurennen. Wenn, dann zieht man es durch, wenn man auf der Hälfte des Weges ist. Boah, scheiße, Tobi, die equippen sich richtig. Die haben alle drei Basen. Ja, komm, lass los. Ja, jetzt stehen die da zu zweit. Beide mit Bogen am Schüssel. Etwas tiefer und mehr nach links. Ja, Alter. Ja, ich wollte ja nur, ähm, Anweisungen geben. Nee, nee. Alter. Schlecht. Ja, rennen wir durch den Schuss. Der hätte getroffen. Kommt schon. So, boh natürlich. Diese Frage, ey. Sie ziehen sich zurück. Komm, komm in die Mitte. Okay, go. Oh, fuck. Komm, renn jetzt. Zieh durch. Bin durch, komm. Ja, ich auch. Die T-Shirt war gut von dem einen Typen. Da, der hat sich hochgebaut. Schieß ihn ab. Schieß ihn ab. Der hat nicht mehr viel. Die Explosion hat... Ich deck den anderen. Wenn ich ihn hier irgendwo finde. Tobi, mach ihn fertig. Ah, der kommt von hinten, Tobi. Der andere Boy. Von hinten. Ja, der andere Boy. Okay. Der hat mich. Hast du ihm gegeben? Ich hab ihn. Der hat Eisenschwert. Ja, ich weiß. Ich hab ihm gegeben. Ich hab beide. Ich komme, ich komme. Ich hole Gold, ich hole Gold. Halt. Halt. Deckt Team Blau. Deckt Team Blau. Junge, du bist King. Ich weiß. Ich hab den Blau. Wenn du dann noch ein bisschen mehr Absprache hättest, dann wärst du super. Weil dann hätten wir ihn direkt bekommen. Aber okay. Okay, einfach Blau decken. Ganz easy. Jetzt machen wir genau das gleiche. Moment, ich muss den eben einen Kommentar da lassen. Nur, dass wir besser sind. Spieß umgedreht. Oh. Das hat nicht funktioniert. Alter, Spieß umgedreht. Weil ich bin gerade im Grillfieber und natürlich grill ich und dann dreh ich immer den Spießumwisch. Da bescheid. Oh mein Gott, liegt hier viel Eisen noch. Das ist wunderbar. Wieso? Weil wir die Mitte haben, Boy. Aber die kriegen ja davon natürlich gar nichts mit. Wtf. Wtf. Einer rennt in die Mitte, Torben. Wie? Dann töte ihn. Alter, ist unser Teammate inkompetent? Ich hab gut. Ich hab gutes Equip jetzt. Sofort. Haltet die noch ein bisschen und dann bin ich am Stisse. Jaja, klar. Meinst du, das ist jetzt ironisch oder nicht ironisch? Nö, nö. Wir haben alles unter Kontrolle. Alles klar. Hätte der eine nur nicht TNT schaffe mit einem Einschuss gesetzt? Bei welchem Team bist du? Das ist typisch Team Grün. Ich bin bei Team, ja gute Frage, bei Team Gelb. Okay, dann renne ich zu Team Rot. Weißt du, welch, weißt du, der hat am Anfang geschrieben, Cyber Tournament auf. Entweder, weil der auch eben schon in der Runde war und du Werbung gemacht hast oder kennt der uns? Ich hab davor schon Werbung gemacht. Hast du noch nicht mitbekommen. Ah, so. Ich dachte tatsächlich, der kennt uns. Schade. Hatte ich schon etwas länger jetzt nicht mehr. Bull Pickaxe. Tatsächlich, also außer es ist einer nachgejoint. Man kann mir übrigens wieder nachjoinen, ne, Shobi? Wusstest du das? Mir auch. Mir konnte man schon mal nachmachen. Ja, aber mir kann man wieder nachjoinen. Also, Leute. Könnt dabei sein, in einer Aufnahme. Mir wurde auch geschrieben, ob ich mal wieder Freundschaftsanfragen annehme. Und das werde ich auch mal wieder machen, weil ich ja jetzt schon lange keine Ahnung noch hatte. Also, unser Kontakt. Und, ähm. Ist doch so. Ja, aber ich wurde einmal voll überflutet. Weil ich mache ja noch mehr Videos und dann sieht man meinen Namen immer. Und ich wurde richtig lustig. Ja, deswegen, das finde ich so. Einige, der geschrieben hat, kannst du mir immer Flusskanal haben. Ja, das war richtig lustig. Ihr müsst mal wieder mehr, ihr müsst mal wieder mehr arbeiten, ey. Ein bisschen, ein bisschen härter anziehen. Wie gesagt, ich habe ja eine neue Projektidee, aber dazu müssten wir uns mit diesen Typen da. Na, weiß Bescheid. Na, ehrlich gesagt, weiß ich nicht Bescheid, aber mach mal. So. Oh ja, nice. Ehrlich gesagt. Genau richtig schön weggerackt. Ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung, was du für eine Projektidee hast. Gut, dass die Absprache in unserem Team so groß ist. Ne, die Projektidee, die weißt du nicht. Also, für alle, die jetzt denken, der YouTube-Kerner gehört mir, nein, der gehört Tobin und Florian auch mit. Wir betreiben den zu dritt und das macht einfach mehr Spaß, als wenn man alleine betreibt. Und ich bin so cool. Ich darf das. Und du stirbst jetzt. Oh, oh. Leben am Limit, mein Freund. Heilung. Wieder Folge. Ich weiß mal, dass ich so eine SimCity-Folge habe. Ich habe mal irgendwie Leben am, dann in Klammern sozialen Abgrund, glaube ich. Das war lustig. Könnt ihr euch alle angucken. Die ist ungefähr anderthalb Jahre alt. Also, ne. Torben, was ist mit Forrest? What the fuck? Das kommt doch erst seit zwei Jahren nicht mehr. Die ist schon zwei Jahre alt, die Folge, locker. Ja, die ist jetzt zwei Jahre alt. Crazy. Mit Forrest, ja. Leute, ich bin ja gerade dabei, die Website zu bearbeiten, zu updaten. Und ich habe da so eine Projekte-Seite, wo ihr dann, wenn die fertig jetzt auch abstimmen könnt, wie euch die Projekte gefallen, welche am häufigsten kommen sollen und so, damit ihr so den Upload-Plan so ein bisschen beeinflussen könnt. Und da wir, gucken wir dann mal, keine Ahnung, wie oft drauf und dann gucken wir, ob wir so kleine Veränderungen machen können, je nachdem, was die Mehrheit will. Und wenn ihr dann The Forrest sehen wollt, dann packe ich euch das da natürlich auch rein. Also, ja, ich mache dazu mal eine Abstimmung. Geduldig noch ein bisschen, bis die Website fertig ist. Für den Vollequipment nicht, ich kümmere mich um das Bett noch. Ja, also Tobi muss mir noch ein paar Informationen geben für die Website. Und sonst war es das, glaube ich. Und Flori auch noch sein Equipment. Weil da könnt ihr hinterher richtig coole Sachen nachlesen. Ja, wir haben da alle das Gleiche bis auf Headset. Nee, ich meine so Maus und Tastatur halt und so. Haben wir ja nicht das Gleiche. Ja, nice. Bin ich Gott oder bin ich Gott? Ja, du hast einfach die gute alte Torben-Taktik angewendet. Nur nicht so hoch. Halt. Ne? Trotzdem einfach Dummheit von denen, dass sie so einen Weg nicht bemerken. Aber okay. Schätzt mich gar nicht. Nee, tu ich auch nicht mehr, weil das ist Standard bei uns im Team. Das Bettenzerstören immer drin ist. Wenn du jetzt noch das ganze Team vernichten wirst, dann würde ich dich vielleicht schätzen. Alter, du bist ja wirklich dabei. Nee, der letzte gehört ab. Oh! Ich bin tief gefallen. Alter, ich habe anderthalb Herzen. Das war ein bisschen dumm. Nice. Du hast das ganze Team vernichtet. Ja! Alle drei. GG. GG. Ich habe immerhin eine LKD von zwei. Nice. Ich dachte schon, ich hätte gar keinen getötet. Ja, Leute. Also checkt einfach in Zukunft unsere Website aus. Ich habe extra dahin geschrieben. Guck mal, er schreibt einfach hier auf YouTube. Ja, der guckt das bestimmt nach. Also, der scrollt nochmal hoch. Und im Notfall kann er auch einfach unseren Namen suchen. Da findet man auch unseren YouTube-Kanal. Zappetran. Was wollte ich sagen? Achso, also checkt in Zukunft einfach unsere Website aus. Da könnt ihr über alles mitentscheiden. Mit Checker auch. Das ist dann auch so. Das ist eine gute Runde, Junge. Wir haben die gar nicht so. Wir haben zwar alles gemacht, aber trotzdem. Das ist eine gute Runde. Und da könnt ihr dann auch alles nachlesen und so weiter. Und falls ihr euch fragt, was unser Equipment ist, das wird da auch alles drauf kommen. Und ja, dann würde ich sagen, lasst ein Like. Falls ihr wissen wollt, wie Torben's Hund heißt. Hättest du jetzt nicht verstanden. Ja, ich weiß ja auch Bescheid. Was hast du gesagt? Falls ihr wissen wollt, wie Torben's Hund heißt. Achso, mein Hund, genau. Also lasst ein Like da. Abonniert, um nichts mehr zu verpassen. Haut da rein und ciao.